Hallo und herzlich willkommen zur Lehrfilmreihe über Glühverfahren. In diesem Video erläutern wir das Weichglühen. Sicherlich hast du die Einführung schon angeschaut und weißt, dass Glühverfahren zu den Wärmebehandlungsmethoden zählen, die ein gleichgewichtsnahes Gefüge erzielen sollen. Hierzu wird das Werkstück hochgewärmt, durchgewärmt und gehalten, bis auch der Kern die gewünschte Glühtemperatur erreicht hat. Und sich das Gefüge, wie gewünscht, geändert hat. Anschließend wird langsam, meist im Ofen, abgekühlt. Beim Weichglühen von Stahl wird das Werkstück bei Temperaturen kurz unterhalb oder um die AC1- oder PSK-Linie im Eisen-Kohlenstoff-Diagramm pendelnd geglüht und anschließend langsam abgekühlt. Dabei formt sich der lamellare Zementit des Perlits zu Kugeln um. Das Weichglühen ist ein werkstoffabhängiges Verfahren. Das heißt, die Anwendung des Weichglühens ist abhängig vom Kohlenstoffgehalt des Stahls. Es dient zur Einstellung eines Gefüges mit geringer Festigkeit und Härte, das günstige Bearbeitungseigenschaften für die sparnende Bearbeitung und das Umformen liefert. Bei weichgeglühten Stählen lässt sich beim Zersparnen eine verbesserte Oberflächengüte einstellen. Und ein weichgeglühtes Gefüge bietet einen günstigen Ausgangszustand für das anschließende Härten. Beim Weichglühen wird das Werkstück, in diesem Fall ein über-eutektoider Stahl mit mehr als 0,8% Kohlenstoff, langsam und gleichmäßig auf eine Temperatur knapp über 723 Grad Celsius erwärmt oder abwechselnd oberhalb und unterhalb der AC1-Linie pendelgeglüht. Nach bis zu 100 Stunden Glühzeit wird das Werkstück langsam abgekühlt. Während des Glühens strebt das Gefüge einen energetisch günstigen Zustand an. Hierzu formen sich die Zementitlamellen aus dem Perlit und bei über-eutektoiden Stählen, auch der Sekundärzementit, an den Korngrenzen kugelig ein. Das Pendelglühen um die AC1-Linie beschleunigt das Einformen. Somit kann die Glühdauer erheblich reduziert werden. Kornwachstumsprozesse finden in der Regel nicht statt, da die Glühtemperatur zu niedrig ist. Je mehr Zementitlamellen sich kugelig einformen, desto mehr sinken Festigkeit und Härte. Gleichzeitig steigen Duktilität und Zähigkeit. Unter-eutektoide Stähle, insbesondere Stähle mit geringeren Kohlenstoffgehalten als 0,5%, neigen bei der spanenden Bearbeitung dazu, zu schmieren und einen unerwünschten langen Span zu erzeugen. Außerdem könnte der Zementit während des Pendelglühens an die Korngrenzen wandern und diese schwächen. Der Stahl würde versprühen. Um keine Versprödung zu riskieren und um einen möglichst kurzen und bröckligen Span zu erzeugen, werden diese Stähle kurz unterhalb der AC1-Linie, also kurz unterhalb von 723 Grad Celsius, geglüht. Geeigneter für unter-eutektoide Stähle wäre aber das Grobkornglühen. Wie beim Grobkornglühen geht es beim Weichglühen darum, die Verarbeitungseigenschaften für die spanende Bearbeitung und ein anschließendes Härten zu optimieren. Stähle mit mehr als 0,5% Kohlenstoff und vor allen Dingen über-eutektoide Stähle, also Stähle mit mehr als 0,8% Kohlenstoff, zeichnen sich durch einen hohen Perlitanteil aus. Hier liegt der Zementit lamellenartig vor. Bei der spanenden Bearbeitung müsste eine Wendeschneidplatte durch die harten Zementitlamellen hindurchschneiden. Das führt zu einem hohen Werkzeugverschleiß. Liegt der Zementit aber nach dem Weichglühen kugelig vor, so braucht die Wendeschneidplatte nur noch durch den weichen Ferrit zu schneiden. Die Zementitkügelchen werden einfach zur Seite geschoben oder sogar herausgerissen. Damit werden der Verschleiß und schlussfolgernd die Kosten gesenkt. Für alle Umformprozesse von Stählen ist ein weichgeglühtes Ausgangsgefüge günstig, weil die ferritische Matrix mit den Zementitkugeln eine gute Zähigkeit und Duktilität besitzt. Weichgeglühte Stähle lassen sich gut verformen, weil die Gefahr der Rissbildung an den ansonsten länglichen Zementitlamellen ja nicht mehr besteht. Die plastische Verformung vollzieht sich hauptsächlich im Ferrit und wird durch die Zementitkugel nicht behindert. Das weichgeglühte Gefüge bietet zudem ein gutes Ausgangsgefüge vor dem Härten, weil die Zementitkugeln während des Austenitisierens, also während des Glühens oberhalb der GSK-Linie, aufgrund ihrer großen Oberfläche leichter aufgelöst werden und sich der frei werdende Kohlenstoff in der austenitischen Phase löst. Um das Ausscheiden von groben Karbiden zu verhindern, werden übereutektoide Stähle oft noch vor dem Weichglühen normalisiert. Damit wird der Sekundärzementit, also das Zementitnetzwerk an den Korngrenzen, aufgelöst. Beim anschließenden Härten würden grobe Karbidausscheidungen sonst wie Mikrorisse in der martensitischen Matrix wirken und das Gefüge schwächen. Zusammenfassung Beim Weichglühen werden übereutektoide Stähle kurz unterhalb und kurz oberhalb von 723 Grad Celsius pendelnd geglüht und anschließend langsam abgekühlt. Dabei formt sich der lamellare Zementit des Perlids kugelig ein. Das Weichglühen dient zur Einstellung eines Gefüges mit geringer Festigkeit und Härte, das günstige Bearbeitungseigenschaften für die sparnende Bearbeitung und das Umformen liefert. Der Vorteil ist, dass alle Verformungsprozesse in der ferritischen Matrix stattfinden und die Zementitkugeln zur Seite gedrückt werden. Weil der kugelige Zementit gut aufgelöst werden kann, bietet ein weichgeglühtes Gefüge einen günstigen Ausgangszustand für anschließendes Härten. Wenn allerdings unter eutektoide Stähle pendelgeglüht werden, besteht die Gefahr, dass sich der Zementit an den Korngrenzen anlagert und der Werkstoff somit versprödet. Unter eutektoide Stähle werden daher bei Temperaturen kurz unterhalb der AC1-Linie geglüht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017